wie schön wenn ich ja mal wirklich wieder schon wieder eine Gerüche Küche Ausgabe machen darf weil es schon wieder interessante Bilder gibt und heute gibt es wirklich Bilder die sind wie ich finde sehr interessant und zwar ist das heutige Thema was ist es dann und zwar Kamelzucht oder doch nur zwei Upgrade Stelle jetzt ist er erinnert sich noch es ist schon sehr sehr lange aus da wurde mal war meine Abstimmung ich weiß noch gar nicht mehr wie genau war weil es wirklich schon so lange aus ist jedenfalls ein bisschen Schall hätte gerne und da war glaube ich Paar zur Auswahl das auch nicht mehr so genau und jedenfalls Kamel waren auch dabei und ja okay da wurde versprochen Kamel kommt dann war beim Weltwassertag bei ein bisschen schon mal das erste Mal oben zu sehen dann nie wieder hat man nie wieder was gehört denken sie schon was ist denn da los sie steht hier irgendwo in Stau aber diese Bilder erklären wohl so einiges und zwar soll entweder die Kamelzug kommen oder eben wie bei dem Hund was wir jetzt kennen eben nur zwei Upgrade sprich Stahl Upgrade 1 Stahl Upgrade 2 Orange aus Gelb und Orange ist noch keine Werkstunde zu hier haben wir wohl den Grund das Grund Kamel mit den dazugehörigen Stahl sie auch ganz heiß aus und die Kampen mit der Pyramide hier wegzweig ich habe immer ein uraltes Bild von Kamel Kamelstahl aber das ist ziemlich angepasst dann haben wir hier möglicherweise dies gelbe Upgrades wir sind doch auch mit Hausamt die blauen Augen sind auch in der Sand und Geld das erklärt man wahrscheinlich hier aber ich sagen muss sie ziemlich rot aus ich weiß es nicht aber je eintrücklich gelbe Upgrade und dann noch Orange finde ich sieht genial aus hier zu sehen das ist für mich der absurde Hammer sieht klasse aus das sind eigentlich schon alle Bilder aber ich finde die sind schon sehr interessant und sie sind schon nicht schlecht aus besonders der finde ich genial die hier sind ja ziemlich ähnlich also schon sehr interessant was man das sieht was kann man spekulieren ich denke mal wenn so die Bilder auftauchen das ist eben wie so sein wird wie beim Hund vielleicht nur unter Woche kam mit Kamelwoche kann ja sein ich weiß es nicht aber das war dann eben ein Event oder was weiß ich da gibt es verschiedene Möglichkeiten vielleicht rein zu vielleicht mal Farmwheel Event was weiß ich da gibt es ja tausend so Chancen daneben Kamel spielen kann Kamelstahl mit dem Grundstahl und daneben Upgrade Gelb und Orange so stellt ich mir das vor und dann irgendwann kommt sicher auch mal zur Zucht wenn man jetzt hier schon die Upgrade hat aber Hundezucht muss ja wohl vielleicht bekommen und dann nicht Kamel wer weiß wer weiß oder komplett was anderes also wir können jedenfalls sehr gespannt gespannt sein aber so eine Kamelzucht ich hätte schon was muss ich sagen finde ich ja klasse Bahama wäre es dann auch wieder es gibt schönes was denkt ihr denn wie haltet ihr von den Bindern schön hässlich würde mich auch mal interessieren was würdet ihr denn von einer Kamelzucht halten und denkt es kommt die Zucht oder ist es erstmal auch nur zur Upgrade Stelle ins Spiel plus eben Grundstahl